Hallo, hier ist dieser Paul mit dem Thema Live-DVDs mit Anonymisierungsdiensten. Es gibt einige Projekte, die eine Live-DVD bereitstellen. Bei der Nutzung eines Live-Systems erhält man ein sinnvoll vorkonfiguriertes und garantiert sauberes System ohne Trojaner. Da man keine Updates einspielen kann, sollte man regelmäßig eine aktuelle Version des ISO-Image von der Webseite herunterladen. John Do Live-DVD basiert auf Debian und bietet John Do Meme, Tor, Mixmaster sowie Pond als Anonymisierungsdienste. Mit dem John Do Fox und dem originalen Tor Browser Bundle sind sichere Browser installiert. Diese Live-DVD kann sowohl mit Intel als auch mit AMD-Computern genutzt werden. Eine umfassende Anleitung zum Umgang mit der Live-DVD gibt es in der Online-Hilfe von John Do Meme. Tails Tails ist die Live-DVD von Tor-Projekt.org. Tails bietet die Anonymisierungsdienste Tor und I2P. Der gesamte Datenverkehr ins Internet wird in der Standardkonfiguration durch Tor geschickt. Die Live-DVD wird aktiv weiterentwickelt. BankX ist speziell für sicheres Online-Banking optimiert. Es wird vom Reiseverlag gepflegt. Das Live-System basiert auf Ubuntu. BankX unterstützt UEFI und Secure Boot. Es sind keine Anpassungen der BIOS-Einstellungen auf den acht kompatiblen Computern nötig, um die Live-DVD zu nutzen. Ubuntu Privacy Remix soll an dieser Stelle auch erwähnt werden. Diese Live-CD ermöglicht ein sicheres Bearbeiten von Dokumenten in einer garantiert sauberen Umgebung eine Lösung für spezielle Fälle. Das war dieser Powerful Room Screencast. Ciao und viel Glück! Und das wird die Person am Anfang an dieser Stelle auch im Z störst. Die Aufmerksamkeit wurde in einer Art von Kreuzung. Die Zeitpunkt sieht aktuell aus wie sie sich ausfälligern. Die Zeitpunkt war eine Zeitpunkt zu betrachten.